Hallo und Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir wollten ja heute das hier machen, sprich mit Ominous bei der Katakombe. Und da werden wir jetzt voll motiviert hingehen. Und wir kriegen ja jetzt diesen letzten Fluch gelernt, wo wir jemanden sofort töten können. Hätten wir vielleicht den einen gebraucht da, wo wir gegen die ganzen Leute von Renrock kämpfen mussten. Gegen die ganzen Trolle. Oder halt... Oder gegen, 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 ähm, Dengstam. Gegen Rookwood. Aber egal, wir haben sie auch so am Ende geschafft. So, da gucken wir mal hier. Rallo! Warte! Anne, bitte! Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ja, hey, red mit mir. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Ähm. Sebastian hört nicht auf mich. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Katakombe von Shadecraft. Na dann wollen wir mal. Ja, Meister. Ach hier. Warte mal, wenn das heißt, wir waren schon mal hier drin, dann müssten wir alles schon geplündert haben, oder? Ja, wenn wir wirklich schon mal hier drin waren, dann haben wir doch alles schon geplündert. Stimmt. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorn, in der großen Halle. Da vorn, in der großen Halle. Reveilion. 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 So, letzt waren hier nicht so viele in Feri. So, wir können dann ja da noch keinen Schaden zu fügen. Ja, ja, alles gut. Ja, alles gut. Gut. Uh, jetzt sind wir da, wo wir nicht schon blinkt in wollten. Au. Verfringst du dich! Oh, warte! Verfringst du dich! Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass er einen Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Alles klar, schon wird gemacht. Am besten wärs wirklich fast hier mit... Feuer das zu machen, oder? Dann machen wir das mal so und dann lassen wir mal diese... Nicht-Bombarder, das hier. Das machen wir mal hier hin, so. Wenn ich jetzt nicht so eine Orientierung wie so eine Bockwurst hätte, dann würde ich wissen, wo das war. Oh! Oh! Hm. Hm. Cool, hallo? Kommst du mal bitte da raus? Was ist los mit dir, du blöde Kuh? Die Inferi. Sie sind überall. Bombarder. Ist doch scheißegal. Lässt du mich gefälligst, Mann, Jungen. Bombarder. Inferno. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Bombarder. Inferno. Inferno. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt! Oh, verdammt. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ab hier! Oble. Ob ich den das letzte Mal so viel übersehen, ist denn das möglich? Ja, irgendetwas ist wieder hier unten drunter. Keine Ahnung. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, hinten haben wir da auch noch was, oder? Ja Bündnis der Bösschön Okay, jetzt ist die Spinne weg, wie cool ist das denn? Hat sich einfach mal so in Luft aufgelöst, aha, okay, cool Haben denn auf einmal hier wieder die ganzen Drohnen, habe ich die letztes Mal alle übersehen? Oder geht immer wieder irgendjemand hier rein und macht die Drohnen wieder voll? Ach hier Ich muss irgendwie auf diesen Vorsprung kommen Oh cool Und dann setzt du die mal bitte dahin Ach so hältst du dich nicht festgetreten Ja, würdest du mal bitte Die da dran bauen? Na hä, willst du mich jetzt gerade verarschen? Ach hier Ach hier Du willst mich jetzt gerade verarschen, oder? Hä, was machst du denn gerade? Warum setzt denn du die hier nicht dran? Ach hier Engadium Leviosa Du kleiner Würdest du mich verarschen, dass ich da nicht hochkomme? Da ist Sebastian drin, wow Ach hier Engadium Leviosa Ja, da steht er da drin Hey, was sind du gerade für ein Klappspaden? Ach hier Engadium Leviosa Ich muss das hier unten drauflegen, dass er das da dran setzt Das ist ja auch totaler Müll Naja, egal Wir gucken mal rein Mal sehen, was er von uns will Ist das nicht unglaublich? Sebastian Sag ich doch Das Relikt ist die Antwort Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat Aber damit kann ich sie kontrollieren So wie ich die Enferi kontrolliere Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Enferi kämpfen Was habt ihr beiden getan? Akio Relikt Das Relikt Cool Das wirst du fischen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf! Ich lasse sie nicht leiden. Verwannert ihr da was! Deporto! Incentio! Bandeel! Anna! Nein! Du hast dich entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Sebastian, warte! Halt, Sebastian! Warte! Ja, lassen! Ja, lassen! Was ist denn? Red mit mir! Ich musste den Todesfluch anwenden! Das verstehst du doch! Hätte ich den Zauber nicht gekannt! Ähm, äh, jeder sollte diesen Fluch kennen, okay? Naja, das ist... Ich glaube, wenn wir jetzt auf niemanden gehen, lernen wir den Fluch nicht. Und wenn wir jetzt auf jeder gehen, dann ja. Aber ich meine, dann jeden zu töten können ist auch scheiße. Nein. Selbst wenn wir diesen Fluch nicht haben, das ist mir dann auch am Ende egal. Und niemand sollte den Fluch kennen, diesen Fluch kennen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Omenis finden. Sebastian! Bitte. Ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Oh, da haben wir noch was. Hallo, das letztes Gefecht. Okay, und dann wäre da noch die Krypta. Wir gucken aber mal, was wir verkaufen können. Wir haben bestimmt wieder einiges. Zwanzig her. Wir werden, ähm... Wir gehen nach Hogsmeade. Und werden noch Zeug erst noch verkaufen. Aber ich muss schon sagen, es kommt doch schon einiges zusammen, gell? Es kommt schon einiges so an... Doch noch an der Mission, die wir haben, kommt doch noch einiges. Was haben Sie jetzt vor? Oh, was ist hier ein Grafikfehler? Ehe das gerade geladen wurde. Sehr schön. Wie schön. In Puncto Trinken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Jaja, du kannst erst mal meinen ganzen Plunder hier kaufen. Ich verkaufe, wie gesagt, auch alles. Ich meine, ich will nix mehr irgendwas Lilanes. Selbst wenn's besser wäre. Okay. Wir können aber dann glaube ich bloß, ähm... Dann Stufe 2 von so Vierigkeiten reinsetzen oder Verbesserung. Und... Ja, das bringt uns halt auch nicht viel, ne? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Okay, toll, jetzt hat man da unten eine Nachricht gelesen. Sehr schön. Au. Das war jetzt nicht so mein Plan. Wir hätten jetzt mit Poppy müssen wir noch sprechen. Ich spreche mit Natty. Wir sollen, wollen uns ja mit Poppy hier treffen. Mal sehen, was die von den Semestern haben. Ich wollte dich sehen. Ja, hallo, was? Dorin hat dich also endlich überzeugt, die Schnerzer zurückzulassen. Wenn jemand sie vor den Wilderern beschützen kann, dann die Zintauren. Und ich wollte dir danken. Als die Wilderer uns angriffen, war ich... Es war schön, nicht allein kämpfen zu müssen. Ich schau aber gerne Gold. Natürlich. So etwas tun Freunde doch füreinander, oder? Das stimmt wohl. Gut, dass du nach Hogwarts gekommen bist. Es ist jetzt schon mein bestes Jahr. Ich will natürlich keine zweite Hornschwanzhalle, aber die drei Besen haben mir gefallen. Ich wusste gar nicht, wie hübsch es dort ist. Was? Du warst noch nie in den drei Besen? Ich habe früher viel Zeit mit Wolkenschwinge verbracht. Und wer weiß, was die Rona davon hält, wenn ein Hippogreif auf ein Butterbier vorbeischaut. Wolkenschwinge ist die einzige, mit der ich hingehen würde. Oder Oma? Hm, Wolkenschwinge ist hervorragende Gesellschaft. Hm, aber du solltest mehr Freunde finden. Wolkenschwinge ist großartig. Aber vielleicht solltest du noch ein paar andere Freunde finden. Ich komme langsam auf den Geschmack menschlicher Freunde. Es war schön, über meine Eltern und Oma zu sprechen und Wolkenschwinge zu teilen. Hm, hast du von deinen Eltern gehört? Du hast nicht zufällig von ihnen gehört, oder? Nein, aber das ist schon in Ordnung. Hast du deine Oma erzählt, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Weiß deine Oma, dass wir die Schnatzer gefunden haben? Ich konnte es nicht für mich behalten. Ich habe ihr alles gesagt. Sie war außer sich, dass ich in der Nähe der Wilderer war. Aber sie gab zu, dass sie wegen der Schnatzer neidisch war. Heute dich von Ärgerfern, Poppy. Es war mir eine Freude, Poppy. Halt dich aus Ärger raus. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir haben uns schon zweimal mit Wilderern angelegt. Durch dich komme ich langsam auf den Geschmack. Und mit den Zentauren als Verbündete könnte ich sogar nach Ärger suchen. Wir sollten uns bald mal auf ein Butterbier treffen. Vielleicht mit Wolkenschwinge? Poppy blüht auf. Auf Tag abgeschlossen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe gedacht, da kommt noch was Spannendes, aber nein. Okay, da würde ich sagen, das machen wir dann. Dann machen wir dann das. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!